Heute möchte ich mal ein Thema ansprechen, und zwar Bidda. Bidda ist die Erneuerung oder Einführung, und zwar in Bezug auf Mewlid. Wenn heute über Bidda geredet wird, dann sind es zu 99% Vachibiten oder solche, die von Vachibiten beeinflusst wurden. Es ist wie ein Krebsgeschwür. Einmal hat sich verbreitet oder hat er angebissen, wird mir nicht mehr los. An sich ist es schon richtig, wenn man Probleme anspricht, die so nicht sein sollten. Allerdings, die Weitsicht der sogenannten Vachibiten ist sehr beschränkt. Ihr großes Problem ist, dass sie andere Meinungen nicht akzeptieren, nicht anerkennen und meinen, nur ihre Meinung ist die absolut richtige. Das macht die ganze Sache zum Streitpunkt. Die Vachibitenanhänger, sie hören zum Beispiel eine Meinung eines ihres Lehrers, ihres Gelehrten, der ihnen auch gleich noch Stellen von Hadith und Koran liefert, und damit stürzen sie sich dann in Debatten hinein, von denen sie eigentlich keine Ahnung haben. Dieses Vorgehen der Vachibiten hat übrigens so eine schlechte Nebenwirkung erzeugt unter den Muslimen, dass sie heute so gespalten sind, wie man es eigentlich früher nie wahrnehmen konnte. Also so mit den Auftreten der Vachibiten kam waftig die richtige Spaltung unter den Muslimen. Der Vachibismus ist als Geschwür in der Koloniezeit unter den Muslimen verbreitet worden. Und dieses Geschwür hat sich so ausgebreitet und so dermaßen in der Umme leider vertieft, dass man es gar nicht mehr wegbekommt. Wir müssen wahrscheinlich warten, bis Mächti kommt und er diesen Damen ein Ende setzt. Wenn man ihnen sagt, dass eigentlich die Engler nur ein Ziel hatten, mit der Vachibitischen Lehre die Muslime von innen her zu schaden, ihre Lehre kaputt zu machen, lehnen sie es ab und sagen nein, dass Wahab eben ein großer Gelehrter war und der Hambalitischen Rechtsschule folgte. Aber das mit der Hambalitischen Rechtsschule stimmt ja auch nicht. Er hat sich nur teilweise angelehnt, um auch sein Wissen davon und Legitimität davon herauszuholen. Die neueren Vachibiten-Gelehrten, also in unserer Zeit jetzt, die haben bald von der Hambalitischen Messe fast gar nichts mehr. Sie gehen ihren eigenen Meinungen und Empfindungen nach und bringen das als Islam daher. Abu Wahab tat sich mit dem Emir Mohammed ibn Saud zusammen, um gegen das Osmanische Reich mit Hilfe der Engländer zu kämpfen. Das an sich ist schon ein großes Ding, dass man mit den Kufars zusammen die Muslime bekämpft und dann noch auf großen Gelehrten macht. Und die Auswirkungen sehen wir heute noch auch, die jetzige Situation in Deutschland. Die schlechte Situation der Muslime, des Islams in Deutschland haben wir den Vachibiten zu verdanken. Ihre eigensinnige und willkürliche Auslegung des Korans und viele andere Standpunkte im Islam haben nur dazu geführt, dass die Medien es als Hetze hersehen und sagen, der Islam ist nur radikal und blutungsig. Aber damit nicht genug, in den seit fast 20 bis 15 Jahren haben sie es geschafft, die Vachibiten wirklich auch die muslimische Oma hier in Deutschland total zu spalten. Und das ist natürlich eine traurige Sache. Das Hauptproblem, was die Vachibiten an sich haben, ist, dass gerade die Mehrheit der Muslime in Deutschland schnell nur mal die Türken und die folgen an Messebs und damit haben sie große Probleme, weil sie den Messeb einfach immer biedert vorwerfen und da kam es zur Spaltung. Es ist an sich schon ein Ding, wenn man bedenkt, wie viele Probleme wir Muslime haben, vor allem in Europa und dann gibt es mit dieser Gruppierung nichts Besseres zu tun, dass sie immer wieder anstoßen und sagen, das, 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 das gab es nicht, warum macht ihr das, statt wir mal die wirklichen Probleme lösen, die die Muslime in dieser Gesellschaft haben. Mir ist jetzt nicht gleich gefallen, hier ein öffentliches Video zu machen in Bezug zu den Vachibiten. Das sind natürlich Muslime und sind auch im gewissen Teil die Brüder des Islams, aber ihre ständige Anfeindung dem Messebs gegenüber und vor allem noch das Schlimmere, die Beeinflussung der Jugendlichen, sich zu ihnen zu bekennen, das ist extrem und dagegen muss man einfach mal aufstehen und muss dagegen reden, viel Möglichkeit haben wir nicht, aber wenigstens etwas sagen, vielleicht das Video mag ein bisschen dazu helfen. Kommen wir dann nun mal zu dem Begriff Bidert, was eigentlich Bidert, was ist Sunnah? Assalamu alaikum, meine Geschwister im Islam, und zwar möchte ich heute vor einer Erneuerung waren im Islam, einer Bidder, die von vielen Sekten praktiziert wird und die nicht wirklich im Islam zu tun hat und eine sehr gefährliche Angelegenheit ist, und zwar die Gefeier des Geburtstags des Propheten. Ihr seht mir eine Skizze, wann das begonnen hat. Der Prophet und die Sahaba haben das nicht gefeiert. Die Salaf, wie man sieht, haben das auch nicht gefeiert. Das kam erst im vierten Jahrhundert von den extremen Shia. Und der Prophet, a.s.w. sagt zu einer Bidder, wer in dieser unserer Sache etwas Neues begründet, was nicht dazu gehört, ist abzuweisen. Und der Prophet, a.s.w. sagt, das Schlechte aller Dinge ist eine Erneuerung. Und jede Erneuerung ist ein Irrgehen, und jedes Irrgehen führt ins Höllenfeuer. Der Gesandte Allah, s.a.w. sagte, hütet euch vor Bidder, vor Erneuerung, denn jede Bidder ist eine Erfindung, und jede Erfindung leitet in die Irre, und jede Irre leitet ins Feuer, Höllenfeuer. Der Gesandte Allah, s.a.w. sagte aber auch, derjenige, welcher im Islam eine gute Sunnah einführt, so hat er dafür den Lohn verdient, und den Lohn jener, die es nach ihm nachmachen, ohne dass von seiner Belohnung etwas wegfällt. Die Gelehrten sagen nun zu diesem Hadith, der Hadith bezieht sich nicht ausnahmslos auf alle Erneuerungen, sondern nur auf jene, die im islamischen Recht keine Gültigkeit besitzen. Die Verwendung des Wortes Jedes im Hadith stellt keine Allvergemeinerung dar, da sehr viele ähnliche Verallgemeinungen im Koran und in den Hasen vorliegen. Die Sünde und das Vorgehen des Propheten, s.a.w. bestand daraus, neue Handlungen im Islam aufzunehmen, solange sie gut waren und nicht in Konflikt mit den festgelegten Prinzipien des islamischen Rechts gerieten. Neue Angelegenheiten werden deshalb im Islam nicht deshalb abgelehnt, weil sie in den ersten Jahrhunderten nicht existiert haben, sondern nach der umfassenden Untersuchung der Sachlage und den Vergleichen ähnlicher Sachverhalte werden sie ausgewertet für gut beheißen oder für schlecht zum Ablehnen. Um das besser zu verstehen, einige Beispiele in der Sura 21 Vers 98 heißt es, gewiss ihr und das, was ihr anstatt alles dient, also anbetet, seid Brennstoff für die Hölle. Das bedeutet also, was die Menschen benutzt haben, statt Allah anzubeten, das wird mit ihnen, mit die, die das falsch angebetet haben, zusammen in der Hölle landen. Wenn wir jetzt hier Aussage alles betrachten, dem ihr dient, das ist ein verallgemeinerter Ausdruck. Wenn es ein starer, fester Begriff sein würde, den ihr dient, dann würde es praktisch auch heißen, dass Allah Subhanallah Jesus, Maria und die Engel ins Feuer steckt, weil vom Menschen nicht angebetet wurden. Also kein Gelehrter kommt auf die Idee und sagt, jawohl, Allah wird jetzt seine, seinen Propheten und die Engel in die Hölle schmeißen, weil zum Beispiel die Christen sie angebetet haben. Ein anderes Beispiel, was wir bei Buchhaar und Muslim finden, dass Rifa ibn Rafi sagte, als wir hinter den Propheten, salallahu alaihi wa sallam, beteten und er den Kopf vom Rukur erhob, sagte, Semi Allah, holi min hamideh. Darauf sagte ein Mann hinter ihm, unser Herr, dein ist der Lob, im Überfluss gänzlich und darin segenreich ist es. Als der Prophet, salallahu alaihi wa sallam, aufgestanden war, also vom Gebet fertig war, fragte er, wer hat das gesagt? Und derjenige antwortete, antwortete ich. Daraufhin sagte der Prophet, salallahu alaihi wa sallam, ich sah ungefähr 30 Engel, die sich darum bemühten, dies niederzuschreiben. Wir müssen aber beachten, dass der Prophet, salallahu alaihi wa sallam, das selber nicht gesagt hat. Der Mann hat das aus seinem eigenen Kopf heraus gesagt, im Gebet und der Prophet, salallahu alaihi wa sallam, hat es für gut geheißen. Somit sagen die Gelehrten, dass dieser Haddis es eigentlich erlaubt, eine zusätzliche Lobpreisung im Gebet zu machen. Obwohl der Prophet, salallahu alaihi wa sallam, in einer Hand ist er sagt, betet so, wie ihr mich beten seht. Und trotzdem hat der Prophet salallahu alaihi wa sallam es akzeptiert, obwohl eigentlich dieser Ausspruch auch da ist. Dieser Sahaba wich ihm nicht von der Form ab, sondern er nutzte einen Spielraum und hat deshalb noch eine Lobpreisung hinzugefügt. Als nächstes Beispiel möchten wir das Tarawih-Gebet nehmen. Wir wissen zur Zeit des Propheten, salallahu alaihi wa sallam, als er gelebt hat, wurde Tarawih-Gebet im Einzelnen verrichtet oder mit der Familie oder höchstens bei engen Freunden, aber nicht als Gemeinschaftsgebet. Omeradouan, als er mal in die Moschee kam, sah diese vielen verstreuten Muslime in der Moschee beten und machte den Vorschlag, lasst uns doch einen Vorbeter haben, der für alle vorbietet. Und von den Muslimen hatte keiner einen Einspruch einzuwenden und so wurde das Gebet vorgeleitet. Als Omeradouan mal in diese Moschee kam und sah, wie die Leute zusammen das Tarawih-Gebet machen, sagte er, was für eine gute Beter ist das doch, was die Muslime da machen. Um Beter also zu verurteilen, müsste man schon genau wissen, was eigentlich Beter ist und welche Bereiche es gibt. Und das wird von den Wachibiten eigentlich gänzlich weggelassen, weil diejenigen gibt es nur Beter des Schlechtens und sonst gar nichts. Kommen wir nun zu Mövlid. Mövlid ist das Gedenken der Geburt des Propheten Mohammed, salallahu alaihi wa sallam. Denn der Prophet Mohammed, salallahu alaihi wa sallam, selber ehrte diesen Tag, indem er nämlich sagte, ich wurde an einem Montag geboren und daher fastete der Prophet, salallahu alaihi wa sallam, ist der Sunna, am Montag zu fasten. Eigentlich sollten wir uns daran wieder erinnern, was Al-Sopalala im Koran nämlich sagt, dass wir Dinge, wenn wir sie nicht verstehen, wissenden Leute fragen sollen. Und die vier Messebs, die haben sich mit diesem Thema Mövlid befasst und hatten da nichts zu beanstanden und haben es der muslimischen Bevölkerung erlaubt, diesen Tag in Gedenken und in Feiern an den Propheten salallahu alaihi wa sallam zu verbringen. Des Weiteren haben die Gelehrten einen Grundsatz aufgestellt, wenn es Sachverhalte gibt, bei denen es verschiedene Meinungen gibt, also Meinungsverschiedenheiten, dann sind diese nicht zu verdammen. Das heißt, die sind zu akzeptieren, weil nämlich die eine Rechtsschule sagt, es ist möglich zu machen, die andere sagt, es ist nicht möglich. Wenn wir nach den Wachibiten gehen würden, dann wäre uns Muslimen eigentlich so gut wie gar nichts möglich, den Islam richtig zu leben. Denn wir finden in allen Rechtsschulen etwas, was die einen erlauben und die anderen nicht erlauben. Und dennoch haben die einen Rechtsschulen mit den anderen keine Probleme und sagen, was ihr macht, das ist Bidat, das ist falsch, ihr kommt in die Hölle, was das gerne die Wachibiten machen. Und wenn wir eine Zeitreise machen in die Vergangenheit, dann sehen wir, dass die früheren Gelehrten, und du musst die Frage gar nicht aufwerfen, wie sieht es mit Mövlid aus. Daran können wir aber auch erkennen, denn diese Gelehrten von früher waren bestens mit dem Grundlang von Bidat vertraut, dass sie es eben nicht verboten haben. Wann aber kam es zu Fitna mit den Bidat? Erst mit den Auftreten der Wachibiten. Wann genau die Anfänger von Mövlid waren, kann man heute nicht mehr so genau nachvollziehen. Man weiß bestimmte Ereignisse, man weiß, dass der Stadthalter von Kairo, Malik Mosapher, der Bevölkerung Geschenke gab. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit so ähnlich wie Volksfeste entwickelt, wo die Leute dann diesen Tag genommen haben, sich in Moscheen versammelt haben. Bevor die Wachibiten mal alles verurteilen, sollten Sie lieber von den Nutzen sehen, der dadurch entsteht. Vor allen Dingen hier in der Despora sollte man überlegen, was das denn bringt. Die Muslime kommen zusammen, gehen in die Moschee, wo sie sonst vielleicht nicht gegangen werden, weil sie das Gedenken am Propheten in Erinnerung halten wollen. Das Wunderbare, was uns alle gegeben hat, diesen herrlichen Menschen. Und gerade in unserer heutigen Zeit, wo sehr viel gespottet wird über den Propheten, wo es schlecht gemacht wird, sollten die Muslime noch mehr zeigen, wie sehr sie an ihren Propheten zusammenhängen. Und Mövlid ist bestimmt ein guter Anlass, denn weltweit wird das gedacht. Natürlich in Wachibiten Hochburg nicht, aber ansonsten kommen die Muslime zusammen in die Moscheen, behen zusammen, hören Koran zusammen, Vorlesungen, hören Sohbet, machen Sikir, Gedenken Allah. Und was ist daran verwerflich, was so schlecht für Muslime da zusammenkommen, um einfach alles zu danken für den besten Menschen, den er geschaffen hat. Lasst euch von solchen Sloganen, von der Wachibiten nicht einfangen, die sagen, was hat der der Prophet, was hat er dann für Messeb, welche Rechtsschule folgte er oder damals gab es nicht. Lasst euch von diesen nicht einfangen, sie denken so oberflächlich, sie gehen nicht tief in die Materie hinein, sondern dass man sieht, dass sie das Messeb, das System von Messeb gar nicht begreifen, lässt sich erkennen, wie oberflächlich sie die ganze Sache betrachten. Als Beispiel sei noch zum Schluss zu erwähnen, stelle vor, du möchtest ein Auto kaufen, du gehst ins Autohaus, hast ein paar Autos vor dir und jetzt kommt der Wachibiten-Verkäufer, gibt dir eine Bauleitung und sagt, schau, was willst du fertig, Auto kaufen, geh, hier ist die Anleitung, bau dir selber ein Auto zu Hause. Was hat man davon? Das würde man vielleicht nicht einmal schaffen, das Auto zusammenzubauen, selbst wenn man sehr begabt sein möchte. Und hier, die Autobauer haben ja jahrelange Erfahrung, haben Entwicklungen hinter sich, um ein gutes Auto auf den Markt zu bringen. Und er gibt mir eine Bedienungsanleitung, eine Bauanleitung, wo ich ein Auto bauen soll, wer weiß, ob das jemals fahren würde. Ich danke dann für das Zuschauen und Zuhören und hoffe, ihr konntet ein bisschen bald etwas dazu beizutragen, aus dem Fängen der Wachibiten zu kommen. Und übrigens sagen natürlich die Wachibiten, es gibt keine Wachibiten, sie sehen sich als Salaf. Wachibiten, den haben die sich nicht gegeben, den Begriff. Das haben die Muslime denen gegeben, weil sie die Lehre des Abo überhaupt folgen. Aber diese Anmaßung, sich Salaf zu nennen, ist ebenfalls eine Unverschämtheit, denn wie diese heute leben, hat mit den erstlebenden muslimischen Gemeinden gar nichts zu tun, also die Sahaba und die Sahaba danach. Also es ist auch eine Anmaßung, sich Salaf zu nennen.